Und mit euch ziehen wir mal einmal genau hier in den Klamm. Da haben wir 1200 Wölfe hier hin. Das ist gut. Das ist gut. Hör auf zu klammieren, da ist ja nichts. Ja, und der kriegt jetzt hier die ganze Zeit schön von denen, das ist gut. Dann kommen gar nicht schon mal keine neuen mehr. Und als nächstes fangen wir uns dann in den grünen. Das ist der nächste, der Weg muss. Hier will. Jao. Hier will. Something. Jao. Jao. Hier will. Hier will. Hier will. Jao. Ich mache hier einfach so richtig schön eine... Jao. Skipper. Was. Jao. Jao. Was. Jao. Das wäre wirklich ziemlich cool, dann stören wir einfach wirklich den roten erstmal auszupacken. Hier gleich zu. Das ist gut. Ich glaube, das ist ein Plan, der ganz gut sein könnte. Ja, er sagt ja, auf jeden Fall. Ist nur durch, dass wir keine Dinger mehr bauen können. Das finde ich ein bisschen schade. Guck mal, das macht auch nichts. Er ist gleich weg, sehr gut. Ja? Ja. Jetzt zieht bitte noch da weiter. Guck mal. 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 Also nicht unbedingt Feuerkraft, aber da hätte ich ja keine Tür mehr mehr kaufen. Keine Tür mehr mehr bauen können. Dann müssen wir das halt so machen. Till oberstes Land. Zeit. Und weiter bauen. Ja, wir haben kein Geld. Wer ist denn da? Ich will. Da hin. Till Buen. Ja. So, den brechen wir jetzt erst mal ab. Hver ist das? Ja. Warte. Tilbú. Und dann bitte. Dankeschön. Ja. 300 Gold. Ja. Ja. So. So. Warum stehen die hier eigentlichaide an wäre? Wer ist das? Wer ist das? Some thing? Vi situation. I will it. Most of you. END Und ihr macht da jetzt mal weg. Fährer fahrt. Schlimm. Tilbuin, schau dir frem. Du meinst, du musst da jetzt unbedingt in die Türme reinrennen. Selber schuld. Tilbuin, ja raus. Ja, ja. Warum sind denn da nicht alle mitgelaufen? Ihr dämlichen Idioten. Ihr solltet zusammenbleiben. Tilbuin. Tilbuin. Ja, ja. Den vorstenslang. Und raus. Tilbuin. So, ihr seid ab jetzt Team 1. Bisschen, ihr baut ab, top. Ja. Ja, ich weiß. Ja. Ihr macht das da hin. Tilbo. Sa. Da hin. Einen davon und Kaka, es fehlen Goldgräber. Na doch nicht. Schipan. Ich will. Schipan. Ich will. Ihr seid Team 2. Schipan. Abraus. In wedge. Ihr seid Team 1. Ja. Schipan. Schipan. Mitnacht. Mitnacht. Und Team 2 gibt jetzt hier Kette. Wo kann man denn hier jetzt mal zuziehen? Von der... Ja, ich bin. Something. Von der... Nach der... Bitteschön. Ja. Ja, ich bin. Fertig, ja. Ah, das ist ok. Dankeschön. Dann gehts hier weiter. Schießt auch mit Feu... Wollig! Dann ballern wir hier halt noch fest. Das ist doch kein Problem. Satt. Satt. Something. Satt. Also baut mal eben schnell Lieder hin. Satt. Oho. Jao. Satt. 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 da steht noch einer und Attacke da drauf erstmal den Weg da das stück ist das war alles zu spüren ja ist das da? hmmm... das war uninteressant ja, gehen wir mal irgendwo oh, scheiß auf die ganzen kleinen hier ja können das ja grad mal ziemlich rumpe sein na gut, hier die Gebäude eigentlich auch aber... egal nicht zerstört einfach gerne Gebäude satt kommt da da eins oder? nö ja ok aber die Wohnhäuser müssen dann weg das ist flüchtig ja und... aus der Rhine oh schön das hat man direkt so gemacht wir müssen einen anderen Weg hindurch finden wir werden beobachtet wo? die sieben Zwerge wartet hier jo war doch schön ich würde aber sagen oh Gott ey das ist das jetzt für diese Aufnahmerunde von diesem wunderschönen Spiel erstmal wieder war ich hoffe ihr habt Spaß macht's nicht gut macht's besser wir sehen uns das 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 Vielen Dank.